Hallo, ich bin's, Marcel L.P. Simulatoren Let's Plays. Wie ich ja schon im ersten Video gesagt habe, geht es in meinem kurzen zweiten Infovideo noch um die restlichen Sachen von Disney+. Da habe ich fast nämlich ein Stückchen vergessen. Und zwar kommt ja die Mandalorian Serie auch auf ProSieben, die erste Folge am 22. März. Aber nur die erste Folge, die anderen Folgen kommen auf Disney+. Die anderen sieben Folgen kann man nur auf Disney+. Und deswegen, wer natürlich dann weiterschauen möchte, muss sich Disney+. Natürlich holen. Eine kurze Information auch noch. Disney hat ja Fox aufgekauft, 20 Cent Away Fox. Jetzt heißt es natürlich 20 Cent Away Studios und 20 Cent Away Picture heißt jetzt diese beiden Studios jetzt. Diese aufgekauft haben von Fox und deswegen läuft jetzt auch natürlich X-Men wieder auf Disney. X-Men-Rechte haben sie jetzt. Und natürlich von Fantastischen Vier wieder. Natürlich auch Avatar, Aufbruch nach Pandora. Der erste Film ist auch auf Disney+. So wie natürlich die nächsten Filme, die natürlich kommen sollen. Natürlich die nächsten Avatar-Filme, die irgendwann dann aus dem Kino dann raus sind, wenn sie denn mal im Kino dann erscheinen. Irgendwann dann, weil ja durch die Coronavirus jetzt verzögern sich ja die neuesten Filme jetzt auch. Auch der nächste James Bond verzögert sich. Ich glaube, ich weiß gar nicht so genau, ob James Bond auch zu Fox Studios gehören, weil wenn ja, dann könnte der irgendwann, glaube ich, auch auf Disney+. Aber ich glaube nicht, weil diese Bond-Filme sind, glaube ich, ab 16. Ich glaube nicht, dass die ab 12 sind. Das glaube ich nicht, weil es ist ja eine familienfreundliche Plattform, Streaming-Plattform. Und da kommen natürlich auch nur Filme raus und Serien, die von 6 bis 12 sind. Höher nämlich nicht. Also 16er sollen nicht kommen. Dafür hat ja Disney in den USA einen anderen Streaming-Dienst noch dazu gekauft. Und zwar aufgekauft und zwar Hulu. Hulu? Der ist aber in Deutschland noch nicht verfügbar. Der soll aber 2021 noch nach Deutschland kommen. Den muss man noch nicht zusätzlich, glaube ich, nicht bezahlen. Der soll dann ins Disney-Plus-Angebot mit reingepackt werden. Dadurch wird Disney-Plus natürlich, glaube ich, 10 oder 20 Euro teurer. Und dann, oder ich weiß nicht genau, oder die bleiben bei dem Preis und packen den einfach nur mit rein. Oder den muss man zusätzlich bezahlen. Dann kriegt man natürlich auch die 16er-Inhalte. Dann kann man nämlich natürlich auch die 16er-Filme gucken und 18er-Filme. Aber, sorry, Entschuldigung. Für mich, ich brauche dieses Hulu nicht. Also mir reicht Disney-Plus. Und ich gucke sowieso nur Star Wars und Marvel. So wie auch Pixar und die Disney-Klassiker und Filme wie Donald Duck. Da freue ich mich auch schon riesig wieder drauf, wenn die Sachen alle Duck-Tales, die alte Serie, die neue Serie. Also ich freue mich wirklich schon auf Disney-Plus. Ich kann es kaum erwarten bis zum 24. März. Also es ist wirklich eine schöne Idee. Ich freue mich wirklich schon drauf. Ich habe den Frühbucher-Rabatt mir schon gesichert. Und freue mich natürlich wunderbar, dass da jetzt eine eigene Plattform hergestellt wird, wo man natürlich nur Disney gucken kann. Das finde ich wirklich schon ganz gut. Ich freue mich schon drauf. Ich habe den Fire-TV-Stick auch schon mir geholt. Also den 4K-Fire-TV-Stick habe ich mir geholt für meinen 4K-Fernseher, damit ich natürlich auch die Disney-Inhalte in 4K sehen kann. Dann durch die Disney-Plus-App, die dann darauf entscheidet. Die lade ich mir natürlich dann runter. Die Disney-Plus-App ist für alle Geräte. Dann geht natürlich Disney-Plus auch über die Internetbrowser auf dem PC und Laptop. Was natürlich der Vorteil auch noch ist, ist die Disney-Plus-App, die ist kostenlos. Also kostenlos zum Runterladen. Und natürlich, du musst dich dann mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden, wie bei Netflix und MagStorm, Amazon Prime natürlich auch. Und dann hast du natürlich auch die Vorteile, natürlich musst du das natürlich bezahlen. Sonst hat man keinen Zugang. Kann auch nichts gucken. Und ja, ich hoffe, dass ich euch da weiterhelfen komme. Ich hoffe natürlich, dass am 24. März Disney auch rauskommt. Nicht, dass Disney noch verschoben wird wegen dem Coronavirus jetzt. Ich hoffe nicht, dass das wirklich am 24. März dann auch rauskommt. Und ich hoffe es ganz inständig nicht, dass es doch noch auf den 31. März verlegt wird wegen Corona. Ich hoffe nicht. Und ja, dann macht es erst mal gut. Und möge die Macht mit euch sein. Bis dann.